Ich bin momentan für die Arbeit als Model in New York und ich werde jetzt Dinge mit dir teilen, die du unbedingt bedenken musst, wenn du als Model gerne in den USA arbeiten möchtest. Die erste super wichtige Sache, die du bedenken musst, ist, dass du, um hier arbeiten zu können, das Arbeitsvisum benötigst. Als Model beantragst du meistens das O-One-Visa und dieses Visum ist an Bedingungen geknüpft. Das bedeutet, wenn du jetzt noch nicht super viele Jobs hattest, noch keine Magazinstrecken, noch nicht wirklich viel Geld mit der Arbeit als Model verdient hast, dann wird es sehr schwer, dieses Visum genehmigt zu bekommen. Die zweite Sache, die du bedenken solltest, das ist aber eher ein Tipp, den ich dir geben möchte, beantrage das Visum lieber mit einer Anwaltskanzlei. Kostet zwar mehr, erhöht aber deine Chancen, dass es genehmigt wird, denn du brauchst nur ein Kreuzchen falsch zu setzen oder einen kleinen Fehler zu begehen. Und schon könnte es sein, dass die gesamte Bewerbung hinfällig ist. Und um das nicht zu riskieren, würde ich mir immer Profis zur Seite holen, die sich eben damit auskennen, die diesen Prozess schon mehrmals durchlaufen haben.